Hallo zusammen, ich habe hier draußen einen Kühlcontainer mit einem Kühlaggregat von Riva Gold und das ist aus unerklärlichen Gründen ausgestiegen und ich weiß nicht warum, jetzt läuft es wieder, hat wieder die Temperatur und jetzt habe ich auch hier das App, weil ich sitze hier am trockenen, draußen regnet es, vorher hatte ich Verbindung, hat es funktioniert und jetzt habe ich hier ja dauerhafte Notfallanzeige, so Info, das sind dann Betriebsanleitungen von diesem Aggregat hier. Ich drücke hier zurück, geht nicht, ich kann hier hoch, ich kann hier runter, ich kann hier gar nichts mehr und wenn ich dann hier ausstelle, dann geht das nicht mehr, gehe ich wieder auf Riva Gold, dann habe ich dauerhaftes Chaos. Ja wahrscheinlich muss ich jetzt Handy wahrscheinlich ausschalten, zum ausschalten, ich probiere es dann wieder zu starten, das ist, klar ist das ein veraltetes iPhone, aber ja ich probiere es hier wieder einzuschalten, das Teil, jetzt kommt der rose Apfel, das ist nicht Bill Gates Gedenkminute, das ist was anderes, der hat Job, wie heißt der, der ist ja gestorben, gut wenn ich so lange warten würde, bis das immer aufschaltet, würde ich auch sterben, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, jetzt geht es hier los, jetzt muss ich hier ein Pin eingeben, dann habe ich noch die SIM-Sperre und jetzt gehe ich wieder auf das App und dann habe ich wieder Smart Control, da ist nur das Aggregat, das steht hier draußen direkt vor der Tür in diesem Container drin, die Verbindung hat sich ein bisschen, vorher ging es mit Koppeln, bitte warten, Bill Gates Gedenkminute, Zeit, die ich im Leben verbringe, mit auf Software zu warten, das ist schon gewaltig. Ja, es lädt, es tut, es kommt, es tut sich was und alles Smart Home Control oder sonst irgendeinen Scheiß. Jetzt kann ich hier wählen, End-User, Installer, Manufaktor, jetzt nehmen wir den Manufaktor, jetzt muss ich ein Passwort eingeben, das kann man hier nicht speichern. Dann OK drücken und dann geht es los. Dann sehe ich hier das Kühlackegaard, ich sehe die Temperatur ist nur 24 Grad, 25 ist eingestellt, Zalt, Hysterese und so weiter. Hier bringe ich dann, sehe ich, ob die Kompressoren beide nicht laufen, jetzt laufen sie. Ja, ich bin jetzt trotzdem draußen, hier vor dem Container, wir machen den auf, das Ding hat wirklich abgeschaltet. Hier ist das Aggregat, wir sehen, ich bin immer noch verbunden mit Bluetooth. Die Abdeckung, die hier drin ist, ja, die ist affenscharf, ich habe mir hier das Finger aufgeschnitten. Ja, mehr soll ich jetzt daran zu nicht sagen, das ist die Abdeckung, das Aggregat ist da. Und ich wünsche, ah, nein, reinschauen tun wir noch in den Container. So sieht er aus, die Kälte fließt raus, ja. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.